Die Engländer behaupten, das deutsche Volk habe den Glauben an den Sieg verloren. Glaubt ihr mit dem Führer und mit uns an den endgültigen totalen Sieg der deutschen Waffen? Die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg nach den Engländern, sondern die Kapitulation. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Vor uns liegt Deutschland, in uns forciert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland! Die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer verloren. Ich frage euch, vertraut ihr dem Führer?